Hi, Gerald von Gerald Roms hier. Heute möchte ich dir ein Paradiddle-Fill-In auf den Toms und der Snare erklären. Und zwar geht das ganz einfach, dass wir haben rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, links. Jetzt sind wir aufgeteilt auf den mittleren Tom und der Snare. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Und wir können das aber jetzt ein bisschen interessanter machen, dass wir nur den ersten Schlag auf dem Tom spielen und wieder den sechsten Schlag auf dem Tom spielen. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Rechts, links, rechts, 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 links, links. Okay? Und dann kannst du noch anstatt dem zweiten Tom-Schlag auf dem mittleren, den auf dem hohen Tom-Tom spielen. Und das dann ein bisschen schneller. Okay? Im Rhythmus gespielt hört sich das Ganze dann so an. Wenn wir das Tempo ein bisschen steigern, hört sich so an. Entsprechend hier kannst du noch weitere Kombinationen natürlich machen. Aber ich wollte dir heute nur mal grundsätzlich dieses Filialen vorstellen. Du kannst gerne noch selber ein bisschen experimentieren, wie du die Schläge von diesem Paradiddle verteilen kannst. Da gibt es also unendlich, also nicht unendlich viele, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu tun auf dem Schlagzeug. Ja, probiere es einfach mal aus. Viel Spaß dabei und wir sehen uns in der nächsten Stunde. Mach's gut. Bis dann.